Hallo Leute, herzlich willkommen auf den GLAS DALO GAMING und heute spielen wir, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Arsenal auf Roblox. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los, die können ja auch nämlich direkt spielen, ich hoffe mal, das geht so lange, weil ich bin erst neu drin, so. Er wird schon kein Bock mehr, sagst du, wie es ist, wird schon kein Bock mehr. Aber okay, okay, bin da auch erst gerade rein, so ich drücke hier erstmal irgendwas, weil ich hier raus will, bitte, please, please. Äh, wir können mal gucken, was gibt es neu im Lorten. Ja, das habe ich ja schon, das habe ich schon. Ich hoffe mal, ihr hört mich jetzt wieder ein bisschen normaler, aber meine Stimme ist dennoch sehr am Orsch. Ähm, übrigens, Roblox-Projekt kommt, äh, Roblox-Projekt, Minecraft-Projekt-Video, also Minecraft-Insel, kommt demnächst wieder ein neues Video. Ähm, wartet einfach. So, ach, dann kann man ein Kisten kaufen hier, Moin. Okay. Ich werde schon wieder verkacken, das weiß ich jetzt schon. Bam, ba, bam, bam. Ähm, ja gut, das, ähm, ging ganz schnell. Ach, nee, so eine Kackwaffe. Wow, ihr blöde die Brains aus, nice. Scheibenkleister, ich wollte gerade was anderes sagen. Aber, das sorge ich nicht. Ja, Junge. Was sind das denn für Waffen, Alter? Was ist das denn? Ja, Moin, ich habe ihn einfach mit einer Pizza getötet. Junge. Immer diese blöde Giraffe. Wenigstens habe ich jetzt eine geilere Waffe. Oder. Wenigstens habe ich den auch gekillt. Jo. Okay, okay, okay. Ich, ich, ich habe keinen Bock schon wieder. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Gut, du hast ihn. Bruder, ich habe ein HP. Mit einem HP, da sterbe ich halt direkt. Was soll ich da machen? Nice Headshot. Nice Headshot. Junge, die Giraffe ist doch safe, ein Hacker. Der killt mich die ganze Zeit. Und dieser Kack-Yam-Po-Pen. Und dieser Kack-Yam-Po-Pen. Also manchmal sind die Waffen einfach noch behindert. Dieses Spiel generell ist einfach noch behindert mit den Waffen hier. Aber wenn hier jeder dasselbe hätte, dann wäre es wenigstens geiler. Für euch bewegt es, ist es auf dem 6. Platz. Ist auch mal was Geiles. Warte mal, denn noch mal hier. Irgendwo konnte man noch mal danceen. Ich weiß gerade nicht mehr wo. Egal. Ja, los jetzt. Lass mich los. Ja, moin. Ja, moin. Ey, ich war doch hinter der Mauer schon. Oder ich hasse das. Warum habe ich denn einen Sniper? Hä? Ich schieße die ganze Zeit und treffe den nicht. Also dieses Spiel, ne. Das macht mich schon wieder sehr aggressiv. Ja, Junge. Von wo denn? Du warst nicht mal da. Danke. Hä? Ey, dieses Spiel, ne. Das macht mich schon... Das macht mich so aggressiv. Junge. Ich habe nicht mal ansatzweise irgendwas gemacht. Wie kann er mich denn jetzt schon direkt killen? Nee, ich werde selbst sterben, wenn ich jetzt hier unten in der Seite stehen bleibe. Na ja, immerhin habe ich den noch gefehlt. Hey, ja, Junge. Wenn meine Waffe sich gerade wechselt, wie soll ich denn den denn abschießen, Junge? Das ist jetzt schon wieder für Schmutz. Hä? Junge, die kommen immer aus dem Mix. Scheiße. Wow, ihr blöcht die Gehirn raus. Ja, schön. Junge. Ja, Junge. Da hab ich jetzt nichts gesehen. Ich hab nichts gesehen, wo ich ihn geschossen hab. Junge, ich hab den doch getroffen. Was ist das denn? Oder man ist so langsam mit dieser Waffe. Ja, immer ich. Kann man überhaupt schießen? Ich kann nicht mal schießen. Na doch, kann ich. Ja, ich hab gleich keinen Bock mehr. Ganz ehrlich. Danke. Hallo, schieß doch Waffe. Ach ja, komm, nee. Die Waffe, Junge, die sind so rotz. Dieses ganze Spiel ist rotz. Ich bin bei den Blauen. Junge, dieses Spiel macht mich aggressiv. Ich mach einfach mal alles hier on. Kill them all. Make them suffer. Warum bin ich denn auch umrandet? Ah, hier haben wir irgendwas aktiviert, dass man irgendwie was sehen kann. Warum bin ich denn der Teamleiter? Ah, wenigstens bin ich jetzt nicht mehr der Teamleiter. Oder ganz schnell weg hier. Oder was macht man diese Waffe? Ja, Junge, die braucht 100 Jahre, um nachzuladen. Ich krieg immer nur Rotzwaffen. Oh, Junge, ich hab die immer noch. Kann ich bitte eine andere Waffe haben? Komm, ich bin doch ganz... In dem Glauben habe ich keinen Bock mehr. Ey! Soll ich denn schießen mit so einer Kack-Waffe? Kann ich bitte jetzt eine andere Waffe... Nee, komm. Ich nehm das Messer, ganz ehrlich. Das Messer ist ja sogar besser als diese Rotze. Als diese Rotze. Hallo! Der läuft nicht nach oben. Ey, was ist das für... Also dieses Spiel, Junge. Ich hab immer noch die. Ich hab immer noch die. Nice, Headshot. Junge, immer ich. Let's go. Warte, darf nicht lang? Okay. Hilfe! Junge, ich konnte mich ja nicht mal bewegen. Da hat er mich schon abgeschossen. Ja, Junge. Wenn man keine Leben hat, dann stirbt man halt auch, ne? So ist das Leben. Okay. Gehen wir mal hier durch. Ich seh aber auch niemanden mehr. Hinter mir. Ja, moin, Junge. Immer dieser 50k gewinnt, das. Der, der, der cheatet doch, Junge. Okay, Leute. Ich muss aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut außerdem auch meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr einfach drauf joinen würdet. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und zu euer Sandow. Ciao, ciao.